Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dishonored. Wir sollen uns also erneut mit Havelock und Morten treffen. Um wahrscheinlich unsere neuen Aufträge zu erhalten, gehe ich mal ganz stark von aus. Also, treffen wir jetzt direkt unseren Erzfeind? Oder worum geht's? Das Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lord Regenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Caldwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, denn ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht heißt Caldredge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Danke sehr. Sokolov, ist das nicht der Maler, den wir direkt am Anfang gefunden haben, getroffen haben und Codwin gezeichnet hat? Also Samuel ist... Oh, warte, 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 warte. Ist noch nicht lang her, als wir uns gesehen haben und erstmal muss ich gucken, hast du was Neues, Kevin? Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ich möchte gerne was verbessern vielleicht? Ja, wir haben nicht so viel Geld. Dann möchte ich gerne was kaufen. Ciao, Spacey. Okay, dann auf geht's. Es wird mal nicht geschlafen, alles klar. Sokolov, wir kommen. Die Codwin-Brücke. Ich glaube, wir kommen zu einem neuen Bereich. Denn dort waren wir noch nie. Ich bin gespannt, was diesmal für fiese Pfeilen auf uns lauern. Mit unserem Teleportationsschub sind wir im Moment extrem gut bei Sachen und den werde ich wahrscheinlich jetzt auch dauerhaft verwenden. Denn es ist einfach unfassbar effektiv, wie wir im letzten Kapitel gemerkt haben. Wenn es jemand sieht, einfach mal schnell eine Etage nach oben teleportieren. Und schon weiß keiner mehr, wo wir sind. Was sagen Sie dazu, Kau? Die Codwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dumbledower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie Leben zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissen als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Ja, was weißt du schon. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Jep. Flutlichter ausschalten, Sokolov finden, zurückkommen. Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Außer dem Wachen. Ja, muss kapieren. Aber wenn Sie doch jemand sehen. Was da? Weiß wie drauf hin? Auf die Ausgangssperre? Nein, du erinnerst ihn nicht. Du schnappst ihn dir einfach und dann... Willst du ihn zu Tode? Klar? Schon gut verstanden. Muss mich nicht anschreien. Zu Tode prügeln. So, lass mich mal da... Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Korvinbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Korvinbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet Mordheim bei Sonnenaufgaben. Das fängt ja richtig gut an. Okay, da können wir scheinbar gar nicht lang. Danke, blöde Drecks Questmarker, der uns genau in die Richtung geführt hat, in die eine Sackkasse ist. Okay, wie kommen wir dann weiter? Das ist eine gute Frage, die ich mir jetzt gerade selbst stelle und die ich irgendwie auch selbst beantworten müsste. Stufe 2 der Nachtsricht zeigt, die Kabel von Sicherheitssystemen, was sie jetzt auffinden, ihre Energiequellen und Verkabelungsplatten ermöglicht. Okay. Auch gut zu wissen. Ja, lad schneller jetzt. Du sollst Anton Sokolov entführen, den kasselischen Arzt und Leiter der Akademie der Naturphilosophie. Deine neuen Verbündeten wollen durch ihn den Namen der Geliebten des Lord Regenten erfahren. Eine mysteriöse Verbündete und eine der mächtigsten adeligen Unterstützer. Sokolov lebt in einer großen Wohnung irgendwo auf der Korvinbrücke. Da wären wir. Wenn sie fertig sind, ich warte bei den Bögen und der Schopper losgekommen. Ja, warte du da mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Lass mich da hoch, lass mich da hoch. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Korvinbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Korvinbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgaben. Der Zugpuckenscheinwerfer ist aber echt weit weg. Das finde ich nicht so gut. Denn wie soll ich da jetzt hinkommen? Hier geht's auf keinen Fall durch. Und da rechts war auch Sarkasse. Das ist doch wirklich ein Schwierflander. Das ist doch... Oh nein! Okay, was muss ich tun? Also das ist echt halt nur so ein mini winziges kleines Gebiet. Und ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Also es sind doch nicht ohne Grund drei Wachen. Speicher nochmal. Lieber einmal zu viel, jetzt einmal zu wenig. Okay, wir haben hier dich. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Korvinbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Korvinbrücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. So, lass mich jetzt bitte mal gucken, wo ich überhaupt gelangen soll. Kann ich da rein? Na, da muss ich durch. Okay, gut zu wissen. Denn dann werde ich jetzt laden. Hä? Wie sagen wir jetzt plötzlich... Das müsste das Richtige sein? Weil es kein automatisches Speichern ist, vielleicht? Glaube ich. Irgendwie. Mal schauen. Das müsste auf jeden Fall der richtige Spielstand sein, hoffe ich. Von dem aus ich jetzt weiß, wo ich hin soll. Wenn der Typ von da hinten sich langsam in unsere Richtung bewegt, können wir uns da schnell hinter der Portie nur durch. Dann müssen wir hier gar nicht erst wirklich kämpfen. Achtung Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgang. Bis zu deren Aufhebung... So. Hätten wir das. Jetzt schauen wir mal, wo es hier überhaupt hingeht. Ich hoffe mal inständig in die richtige Richtung. Ein bisschen Money nehmen wir mal mit. Was du tust, wenn Slackjaw und die Jungs von der Bottle Street dich überfallen. Das muss... Okay, wir brauchen den Lagerausschlüssel, um hier durchzukommen. Den gibt's hoffentlich hier oben irgendwo. Oder wir kommen hier oben andersweitig raus. Wir brauchen Energie. Wir brauchen irgendwo so ein Walöl-Ding. Um das hier mit Energie zu versorgen. Ah, hier ist der Lagerhausschlüssel. Okay. Schleichschuhe. Hört man uns damit dann weniger? Das wäre eine geile Sache. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Verzieh dich. Gut. Wo lang? Da hinten müssen wir die Scheinwerfer ausstellen. Wollen wir mich da oben hoch? Ja. Komm ich. Von der anderen Seite blockiert. Das heißt, ich muss da rein. Von der anderen Seite? Wie? Ja, okay. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gehört, dass da kein Fußverkehr erlaubt ist. Hat mittlerweile jeder gehört. Wir sind so nah dran, aber irgendwie trotzdem noch so weit entfernt. Na, Speicher. Nein, nicht nur in Spiel. Ist egal. Muss ich? Kann ich eigentlich von hier aus kommen? Ist das quasi ein Alternativweg, von hier zu kommen? Ich glaube, ja. Weil wir sind jetzt quasi schon dort, wo wir hin müssen. Dann machen wir uns mal direkt auf den Weg dorthin. Wie gesagt, das wäre die höchste Priorität hier erstmal... ...die Scheinwerfer auszumachen, damit überhaupt eine Flucht möglich ist. Selbst wenn wir Sokolov gefunden hätten, würde uns das absolut gar nichts bringen. Wenn wir die Scheinwerfer noch nicht ausgemacht haben. Und mit Sokolov die Scheinwerfer auszumachen, würde ja auch keinen Sinn machen. Das heißt... Ja. Erst Scheinwerfer ausmachen, dann Sokolov suchen. Verdammt sein, die Seuche und die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Nun, Mr. Pradget. Selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwacht. Das ist so weit, so gut. Das ist so weit, so gut. Speichern! Also, wir kommen unserem Ziel näher. Dann ist er in der Justizbezirk. In Ordnung, gut. Wir können nicht noch mehr Leute verlieren. Berühre vor Dienstbeginn das Ladegerät. Dann kann dir der Blitzpfeiler nichts anhaben. Bei diesen Dingern haben wir ganz anders. Also, wir können nicht so schaden auftauchen, um dir die Kehle durchzuschneiden. Wird ein Spektakel, wenn sie sich in Asche verwandeln. Es gab Zeiten, da konnten wir solche Typen auch ohne diese Dinger in Schach halten. Seit der Seuche erwartet kann ich an denen älteren... So. Hä? Oh, hi! Niemand aktiviert hier den Erlärm. Das sind ein paar viele. Okay, ich glaube, das kann man besser machen. Wir laden lieber nochmal. Scheiße! Okay. Okay, okay, okay. Da einfach reinspringen und den Ausschalten macht keinen Sinn, weil da sind anscheinend mehrere. Es sah irgendwie aus, als wenn der Typ in uns drin gespawnt wäre. Ah, gut. Ja, ich hab halt... Ich hab halt nur gedacht, da kannst du drüber. Dann gehst du da auch mal rüber. Gehen wir etwas vorsichtiger vor. Ja, Berührung vor Dienstbeginn das Ladegerät. Wenn ich das sehen würde... Das würde uns der Scheiß auch nicht sagen. Hilfe! Der kommt uns nicht! Ärgerliche Scheiße. So, laden. 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 Okay, darum macht auch keinen Sinn. Dann gibt's ja eigentlich nur noch den Weg, den wir gegangen sind eben. Alles andere ist ja Schwachsinn. Und wenn alles andere Schwachsinn ist, dann muss ich mir überlegen, wie ich das jetzt genau mache. Ähm, pfff... 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 Ich hab echt grad keinen Plan, wie ich's besser machen kann. Ich überlege... Das ist ja matre mein Dieren. Sollte das, glaub ich... Doch, das hier nochmal genauer anschauen. Dann kann dir der Blitzpfeiler nichts anhaben. Wir können da direkt drauf. Die Scheinwerfersteuerung ist sowieso da oben. Okay, lass mich mal da hin. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt ausgeschaltet hab, aber ich glaube, ich hab diesen Blitzpfeiler ausgestellt. Okay, ich versuche mal hier oben zu kommen, irgendwie. Wieso kann ich ihn nur töten? Jetzt. Eigentlich genug Platz hinter ihm war anscheinend. Hat uns jemand gesehen? Warum hat da jetzt jemand gesprochen? Ich find das ganz gut, was wir bis jetzt gemacht haben. Deswegen speichere ich mal ab. Und geh weiter. Wir müssen ja irgendwie da rüber. Wir müssen ja irgendwie da hin. Dabei wird uns diese Kette helfen. Nein, das ist die falsche Richtung. Also, ist auch okay. Okay. Dann bleib du mal da. Also, was bringt uns der Scheiter hier oben? Wir werden es mal austesten. Der fährt überrück. Hat das nicht Aufmerksamkeit erregt? Bestimmt, oder? Das hat bestimmt Aufmerksamkeit erregt, aber... Wir sind gleich da, wo wir hinwollen. Soll ich mir mal die Wahlölreserven ansehen? Warum? Die Lichter gehen doch... Noch gehen die Lichter, ja. Ich hab sie ja eigentlich gerade ausgemacht. Was heißt denn, dass die Lichter gehen? Ach, ich hab nichts zu tun. Kletter gern die Säulen hoch. Lass bloß die Öltanz in Ruhe. Sonst gehen die kaputt. Keine Ahnung, warum ich immer... 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 Okay, Sokolops Wohnung ist direkt da vorne. Nein, holen wir nicht. Nein, holen wir nicht. Den Kerl holen wir uns nicht. Den Kerl lassen wir einfach mal in Frieden abhauen. Ich dachte, ich geh mal ganz kurz gucken, was da ist, aber... Nee, lieber nicht. Man kann Springbien an jeden Lebewesen befestigen... Also an allen möglichen Oberflächen befestigen Lebewesen eingeschlossen. Okay, das heißt, wir können theoretisch einen Springbien an einem Tier befestigen, das Tier mit unseren Fähigkeiten übernehmen und an den Gegner rein und explodieren lassen, wenn wir auf Töten spielen würden. Ich glaub, wenn man auf Töten spielen würde, hätte man echt viele Vorteile. Aber wir tun sowas nicht. Wir wollen das gute Ende haben. Denn wir wollen das Ende haben, was zu Dishonored 2 führt, was ja parallel läuft. Sokolops Haus ist direkt da vorne. Ich finde es echt ein bisschen overpowered, muss ich sagen, mit unseren Fähigkeiten. Wir müssen die Stromversorgung finden. Die Stromversorgung geht nach der Odengrünen. Die Stromversorgung geht hier rein, die Bahn. Das ist schon ganz wichtig. Das ist schon wichtig. Hä? Hä? Wieso geht das nicht mehr? So. Wieso geht das nicht mehr? Ich hab jetzt viermal probiert, ich kann doch nicht mehr hoch. Ah. Ich find's halt, das Problem ist an diesem Let's Play ist wirklich, glaub ich, dass ich so oft so ruhig bin, weil ich halt jedes Mal drauf achten muss, hör ich jetzt was, dadurch, dass ich diesen Schleichmodus spiele, bin ich halt Let's Play mäßig ein bisschen eingeschränkt, dass ich halt einfach nicht so viel reden kann, sondern echt auf viel Hintergrund hören muss. So, die Dinger konnte ich euch schon durchlesen, wenn ihr wolltet. Beim letzten Mal bleibt das Let's Play immer so bestehen. Wenn ihr's lesen wollt, Video kurz pausieren. Ansonsten... Ach, da ist Glas. Okay, deswegen kann man da nicht rein, ich verstehe. Ja, natürlich ist das gehört, weil ich voll Idiot vergessen hab, dass ich noch Schleiche. Ich werd der Sache auf den Grund gehen. Irgendwas stimmt hier nicht. War doch nichts. Ich warte mal ab, bis alle ihre Aufmerksamkeit verloren haben. Scheiße. Ich hab extra mit dem Runterspringen gewartet, bis der Typ sich umdreht. Und genau in dem Moment, in dem ich runterspringe, hat er sich dann halt in meine Richtung umgedreht und kommt ja auch noch rausgeschissen. Okay, ich speichere gleich, wenn ich auf dem Dach bin. Ich hole jetzt noch mal den ganzen Scheiß aus der Wohnung. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, hab ich gesagt. So. Das auch. Das auch. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Dann schon mal Schleichmodus, damit wir uns dann da oben auf dem Dach keiner hören. Dann da hoch. Und dann speichern. Wir müssen das Blitztor ausmachen. Wir wissen, dass das Stromkabel hier reinführt. Das ist doch echt kein Zufall mehr, oder? Das ist doch echt kein Zufall mehr, dass er sich einfach jedes Mal, jedes Mal in dem Moment umdreht, in dem ich sage, okay, jetzt hat es keinen Sinn mehr zu warten, da dreht sie nicht mehr um. Ich weiß, der dreht sich gleich um. Es ist, dass wir warten, bis es sich einmal umgedreht hat. Dann geht der irgendwie wohin. Dann können wir hier runter und den Typen ausschalten. Okay, speichern. Hat endlich mal funktioniert. Aber das Blitztor ist immer noch an. Warum? Wobei das, was ich jetzt aktiviert habe, da links hinführt. Genau hier hinführt es. Jetzt müsste das Blitztor auf sein. Okay, wir speichern nochmal. Ich glaube, mit dem Schalter da oben haben wir überhaupt hier das entriegelt, dass wir hier den Strom rausnehmen konnten. Und dadurch können wir da jetzt überhaupt das damit nehmen. Okay, es geht hier keiner nachschauen. Okay. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Die Chancen stehen gut. Verdammt, sieht es nicht an. Wir werden die Dinger auszusetzen. So. Und Sokolovs Haus. Zum nördlichen Ende gehen. Wie lang ist denn das? Wie weit müssen wir denn gehen, bis wir Sokolovs Haus erreicht haben? Meine Fresse. Das ist ja wirklich am anderen Ende dieser Scheißbrücke. Ist das hier überhaupt die Brücke? Oder war quasi du hast da hinten die Brücke? Das ist ja angeblich alles die Chancenbrücke. Das heißt, diese ganzen Häuser hier stiegen quasi alle auf dieser Brücke. Deswegen ist dieses Gebiet auch so schmal und so länglich. Also es zieht sich halt so schmal in die Länge. Weil hier halt alles voll mit diesem... Weil hier nicht viel Platz ist auf so einer Brücke. Nicht so viel wie halt in der richtigen Stadt. Aber wir sollten gleich endlich da sein. So. Speichern. Und dann jetzt genauer umschauen hier. Ich denke mal, hier kann ich nicht durch. Ich denke mal, hier soll ich auch gar nicht lang. Scheiß Ratten. Ich soll wieder vorne nochmal lang. so. Die Häuser sehen und wie innen auch alle gleich aus. Die haben alle dieselben Treppenhäuser. Alle an denselben Stellen diese komischen Gänge hier angeordnet. Da ist Sokolos Haupts. Speichern. Das ist nur eine Alarmanlage da. Sehe ich das richtig, dass das nur eine Alarmanlage ist? Okay, schade. Ja, ich dachte, ich kann mich einfach hinter die Teleportieren. Weil die beide nach vorne geguckt haben und dann da schnell durch. Ich könnte aber auch versuchen, beide einfach mit einem Betäubungsfall abzuschießen von hier aus. Und da gar nicht groß was zu probieren. Und dann da gemütlich rein spazieren. Dann telemetiere ich mich hier hin. Die wird die Betäubungspfeile. Mach halt einmal so. Einmal so. Und dann hätten wir das. Keine Ahnung, wie geht es jetzt hier. Und da. Und dann betreten wir das gutes Stück mal. Nein! Oh! Wie ich jetzt jedes Mal einen neuen Spielstart erstelle. Sollte ich auf jeden Fall nach der Aufnahme mal ausmisten, wenn ich dran denke. Das war gar nichts. Okay, okay. Das ist ein bisschen Friedenfutzfrau. Na, die nicht einsetzbar, weil wir von einem Musikinstrument desorientiert sind? Nur nicht hier drunter. Ich bin gar nicht da. Sobald dir jemand nachgucken will, gibt's den hier. Hier ist niemand! Alter, der kommt danach aber nicht hier, willst du mich verarschen? Boah ey! Kugelwerkzeug. Und ich hab keins mehr. Weil ich mir gedacht hab, das hab ich noch nie gebraucht. Das ist ziemlich, ziemlich beschissen gelaufen alles hier, ich kann kein Wort sagen, weil das alles so mega anstrengend ist. Ich darf das Kugelwerkzeug draußen nicht einsetzen. Das heißt, ich muss den Spielstand von vor draußen laden. Also von draußen laden. Damit ich dann da das Kugelwerkzeug nicht einsetze, sondern hier drinnen. Und fürs nächste Mal weiß ich, dass ich mir zwei, drei kaufen sollte. Ich bin da, ich geh mal ganz stark davon aus, dass wir da im Gebäude welche finden sollten. Ansonsten sehe ich ja gar keine Möglichkeit da durchzukommen. Aber wenn wir schon eins haben, dann nehm ich das natürlich gerne. Oh ne. Ich darf nur da hinlegen, man. Also kommt ihr beide mal zur Seite. Und wir gehen rein. Und wir gehen rein. Fuck. Das war wohl nicht richtig. Ich überspeichere mal den Spielstand. Und dann werde ich nochmal mit der Sicht hier schauen. Und der Funken. Oh, wie das jetzt gekriegt? Das muss ich von der anderen Seite deaktivieren. Kannst du mal in einen anderen Raum gehen, bitte? Hä? Boah, ist dieses Haus scheiße. Ich muss da oben lang. Dafür muss ich da lang. Dafür muss ich irgendwie da drüben hinkommen. Ich habe ja auch keine Map vom Haus oder so, oder? Was ein Scheiß hier alles, ey. Ich bin da. Ich bin da. Okay. Äh, das ist wieder so ein Part, wo ich absolut überhaupt nichts sage, weil ich total überfordert bin von der ganzen Situation. Lieber allgammeln vor die Dioden rum. Ich weiß selber nicht ganz genau, wo ich hier überhaupt lang gehe. Oder wo ich hier überhaupt hinkomme. Ich habe das Gefühl, als könnte das hier richtig sein. Weitere nicht. Irgendjemand hat jemanden entdeckt. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du hier bist. Bist du ja. Wachen zu mir. Scheiße. Okay, da oben war ein automatischer Speicherpunkt. Das heißt, ich sollte da gar nicht mal so falsch gewesen sein. Denke ich mal. Also, der Weg, das muss richtig sein, weil da, wo wir jetzt gerade waren, dieser Raum war mit zwei Elektrowänden abgesichert. Und es gab nur einen einzigen Eingang über den Keller quasi, mit so einem kleinen winzigen Eingang da. Das war die einzige Möglichkeit, hier reinzukommen. Also, muss das irgendwie wichtig sein? Und deshalb... Du schaust, werktest das? Wenn du jetzt hier dich schnell umdrehen würdest, wäre das super, aber dann könnte ich dich ausschalten. Ich stehe hinter dir, drücke die Taste zum Erwürgen und stattdessen blockt der, das hört der vor mir und dreht sich um. Das ist doch kacke. Ich näher ran an, den konnte ich nicht. Ich habe ihn quasi berührt. Ich stand quasi in ihm drin und wollte ihn erwürgen. Das geht nicht. Weil ich angeblich zu weit weg bin, wahrscheinlich. Oder was weiß ich, woran es lag. Ach, hier mal zu. Und ich lade nochmal. Weil unsere Leiche dort jetzt ja entdeckt wird. Das haben wir ja festgestellt. Die Leiche, die wir dorthin gelegt haben, wird entdeckt. Das heißt, die sollte ich mitnehmen, statt sie da liegen zu lassen. Ansonsten wissen die Leute hier nämlich eh alle Bescheid und das ist doof. Den haben wir da ja damals nur liegen lassen, weil wir halt durch die Elektrotür nicht durch konnten. Und ich wusste, dass da unten andere Leute sind, also es gab keine Möglichkeit, ihn umdrehen zu schaffen. Jetzt gibt es sie. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Die Chancen stehen gut. Deshalb nehme ich dich jetzt nicht. Und verstaue dich lieber hier, weil da wird aktuell nicht patrouilliert. So, jetzt können wir speichern. Jetzt kann der Typ hier auch die Treppe hochgescheißert kommen. Die Wache, die er sucht, ist nicht mehr da. Das ist der Typ mit dem Musikinstrument. Ja, der ist jetzt nämlich da lang gegangen und hätte jetzt den Typen gesehen. Das dauert hier so ewig, bis er sich umdreht, dass ich jetzt gleich nochmal speichern werde, sobald er sich umdreht. Falls er uns dann wieder entdeckt, dass wir dann hier nicht wieder eine halbe Stunde stehen müssen. Und warten, bis was passiert. Ja. Ja. Okay, jetzt. Gut, dass wir gespeichert haben. Okay, er kriegt wahrscheinlich mit, dass die Tür aufgeht und deshalb dreht er sich um oder so. Irgendworan muss es ja liegen. Dass er sich dann ausgerechnet umdreht. Ach nee, du drückst dich sowieso nochmal um. Und dann gehst du erst, okay. Sehr, sehr gut gelaufen. So, speichern. Und den nächsten holen. Damit du die Leiche nicht entdeckst. Sonst hätte ich dich ja auch theoretisch stehen lassen können. Aber ich glaube, dass ich hier auf der richtigen Spur bin und ich will, dass du die Leiche entdeckst. Tue ich dich da lieber auch nochmal mit zu. Aber jetzt nochmal speichern. Und dann können wir gucken, wo wir überhaupt sind und ob Sarkoloff überhaupt hier ist. Okay, da oben ist Glasscheibe. Sieht so ein bisschen aus wie Sicherheitsraum. Das könnte richtig sein. Da kommen wir nur von hier aus hin. Das sieht auch aus wie sein Schlafzimmer. Ich glaube, wir können hier richtig sein. Das ist auf jeden Fall so eine Art Labor hier. So. Könnt ihr euch theoretisch wieder durchlesen. Ich glaube, ich will das lieber wieder abstellen. Einmal durchgeschüttet. Hier können wir einen leeren Tank auswerfen. Okay. Und da können wir einen Tank befüllen. Wenn wir also irgendwie Energie brauchen, wissen wir, hier gibt es die. Moment mal, wäre das hier ein Eingang gewesen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nee, 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 nee. Die Hoffnung ruht auf Formel 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, groß... Wir sind bei Sokulow. ...potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Te... Objekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein. Den charakteristischen Hautverschorfungen... Okay, wir müssen dich jetzt zum Fischer bringen. Das könnte problematisch werden. Ich befreie dich. Vielen Dank. Wer immer sie sind, er hielt mich in einem Käfig. Wie ein Tier. Die Schmerzen sind unerträglich. Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Ich glaube, dir wird es nicht besser gehen. Er hat eben was davon geredet, dass du das Testobjekt... ...in den nächsten Stunden tot sein sollte. Es tut mir leid. Aber ich glaube, wir kamen zu spät. Ich dachte, die Kaiserin... ...hätte ihr Personal sorgfältig ausgewählt. Aber wenn zwei Leute... Oh. Ich habe nur Sokoloff entführt. Ich war eh tot. Deswegen habe ich mir gedacht, Scheiß drauf. Lass den einfach mal runterwerfen. Ähm... Ja, folgendes. Sollten wir ihn eliminieren? So wie wir es gerade eben getan haben? Also neutralisieren, nicht eliminieren. Eliminieren ist, glaube ich, falsch. Das hat uns das Spiel, glaube ich, gerade mitgeteilt. Nein. Sollten wir ihn neutralisieren? Weil dann ist es schwierig, hier rauszukommen. Macht das dann nicht vielleicht mehr Sinn? Moment mal. Welches automatische Speichern war denn jetzt? Welches automatische Speichern? Macht es denn nicht mehr Sinn? Also ich will mal gucken, was passiert, wenn er uns sieht. Weil wenn wir ihn überreden, mitzukommen. Dann können wir da halt einfach die Kette runter, um zu fliehen. Statt so wie jetzt irgendwie durchs komplette Haus wieder durchgehen zu müssen. Objekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein. Was? Wie sind Sie an den Wachen vorbeigekommen? Ihre Tätowierung ist sehr ungewöhnlich. Sie erinnert mich an die Höhlenmalereien außerhalb der Stadt, die ich einst studierte? Hm. Wer hat Sie geschickt, Piero? Der Eifersüchtige. Kein Grund, sein Schoßhündchen zu sein. Sie und ich können uns einigen. Ich kann mehr als das bieten, was Piero Ihnen versprochen hat. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Geld? Elixier gegen die Seuche? Ich weiß nicht, wie Sie all die Wachen überwunden haben, aber ich nehme an. Wollten Sie mal den Tod? Dann würden wir uns jetzt nicht unterhalten. Ich kann Ihnen alles geben, was in meiner Macht steht. Wenn Sie mich nur gehen lassen, Sie scheinen ein intelligenter Mann zu sein. Also sollten Sie wissen, dass es Auswirkungen haben kann, wenn Sie mir etwas tun. Ich bin der kaiserliche Arzt, leiter bei der Naturphilosophie. Bleiben Sie stehen! Haben Sie denn kein Herz? Ich bin doch stehen geblieben. Ich bin nicht wirklich überrascht. Ich wusste, dass eines Tages jemand kommen würde. Sie hatte ich nicht erwartet. Warum Gewalt? Wir können gute Freunde werden, Sie und ich. Wollen wir einen Dring zusammen nehmen? Uns setzen und uns unterhalten? Na? Sprechen wir über Ihre Zukunft. Geld, Frauen, was Sie wollen. Von den Sternen können die, die Sie verstehen, viel lernen. Ich kann meine astronomischen Karten konsumieren. Alter! Wie kann man mit Ihnen denn nicht reden? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Verdammt! Hilf mir doch jemand! Nein, nein, nein! Ich weiß nicht, wie jemand gehört. Draußen ist die Waffe, die interessiert ist aber nicht. Was ist denn? Scheinbar niemanden. Okay, dann machen wir es doch so. Es geht nicht anders. Da ist aber jemand ganz schön wütend. Da muss er erstmal in die Tischkante beißen. Hast du dich beruhigt? Nein? Mach Männchen! Komm, mach Männchen! Hm? Das sieht so beschwert aus. Ich hoffe, das wird wieder, meine Liebe. Ich hoffe, das wird wieder. Da habe ich aber ein großes Problem. Wir haben da eine Kette, mit der man sich wunderbar runter zu Samuel lassen könnte. Kann ich mich mit dir teleportieren? Ich kann mich mit dir teleportieren. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Unsere Probleme sollten gelöst sein. Dann wird einmal gespeichert. Das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung, mein Freund. Gehen die andere. Samuel ist da unten. Das heißt, wir bringen jetzt einmal da hin. Dann gehen wir da hin. Wo genau ist Samuel? Ich habe Gefangene gesehen und wollte sie befreien. Und dann kamen zwei Wachen und dann hatte ich den Typen noch in der Hand und wusste nicht, wohin mit dem. Und boah, so eine Kacke. Sehe ich das richtig, dass wir theoretisch uns das komplette Haus hätten sparen können und direkt aufs Dach zu ihm? Wenn man gewusst hätte, dass er da oben ist. Aber wir haben uns hier schon sehr viel gespart. Okay, leck mich am Arsch. So. So. Shit, das sind zu viele. Das sind leider zu viele. Es tut mir leid, Jungs. Wenn Emily wieder da ist, dann werden wir euch einhelfen. Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. Ja, los. Chirurg. Leider wurde ganz am Ende einer entdeckt. Zwei eliminiert. Wie denn? Genie und Wahnsinn. Wie wurden denn zwei eliminiert jetzt schon wieder? Da habe ich doch nichts mit zu tun. Und ich habe jemanden getötet. Oh Mann, oh. Das ist nicht meine Schuld. So, egal. Zurück nach Houndpits Pub. Ich habe. Ich habe niemanden getötet. Habe ich wirklich nicht. Ich bin nur unschuldig. Ich bin ein Opfer des Systems. Wie, wie weit wird der uns jetzt helfen, dass wir ihn jetzt zu unserem Motorstupf bringen? Sie haben aus dem alten Swinger eine Zelle für Sokolow gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen. All das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Ich denke mal. Es ist mal wieder Nacht. Also nächstes müssen wir mit der Verstand immer wieder bei Nacht stattfinden. Oder wir denken jetzt zu schlafen und es ist wieder Tag. Sokolows Wissen wird es uns ermöglichen, den Lord Regenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lord Regenten zu beschützen. Sokolow gab uns das Elixier. Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Danke wird Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Das klingt eigentlich ganz gut. Und damit ist der Part eigentlich auch vorbei. Das heißt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich schalte dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich ziehe das ein bisschen länger, weil ich wissen will, ob vielleicht noch was passiert. Oder nicht? Spiel? Dazu musst du fertig laden. Hallo? Spiel? Wir sind im Hounds Pitspup. Das ist ein kleines Level. Das muss nicht so lang geladen werden. Fragestunde. Die Kasertreuen haben jetzt den kaiserlichen Arzt Anton Sokolow in ihrer Gewalt. Durch ihn können sie die engsten Vertrauten des Lord Regenten ausschalten. Doch wie kooperativ wird sich das größte Schienen des Kaserreichs zeigen? Er geht Ihnen freundlich oder mit Gewalt dazu zu bringen. Alles zu verraten, was er weiß. Kor-Woo, aufwachen! Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Kalista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Sie hat zugesehen, wie ihre Mutter ermordet wurde. Also, wenn ich ihr dann helfen kann, dann gerne. Oh, das ist aber nett. Gut, dann sage ich an dieser Stelle mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen. Jetzt wirklich.